WM-Gruppenspiel ? Lim Yong-jo binding Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht Kim scholarship Kim Jong-jo Lee Chong-Yong. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Figuli, Mejani und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Kim Myung Kwan, Ki Sung-Yu-Eng, Kim Bo-Kyong. Er lässt das Spiel weiterlaufen, Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Zu früh gestartet, abseits. Lee Chong-Yong. Lee Chong-Yong. Kim Shin-Wok. Ki Sung-Yu-Eng. Lee Yong-Jo. Kim Ji-Wok. Kim Shin-Wok. Sehr gute Flanke. Kaider. Jetzt sagt der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ball besitzen. Und Achtung, genau hingeschaut. Ganz souverän gehalten vom Kieper. Ki Sung-Yu-Eng. Ein Versuch der Balleeroberung. Rahimi. Abseitsentscheidung korrekt. Südani. Taider. und er bekommt hilfe Majani Daida Lee Jong Young Kim Shin-won Lim Yong-joo Kim Ji-Woh. Lee Jong-Yong. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Sudani. Brahimi. Mostefa. Lee Jong-Joh. 0 zu 0. Das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen. Also das war ja wohl gar nichts in der ersten Abtanz. Ne, also ich bin auch total enttäuscht. Keine Torraumszenen, viel taktisches Geplänkel, kein Tempo drin, gar nichts. Die Pause ist vorbei, es ist alles in Ordnung. Schiedsrichter Pfeif, die zweite Halbzeit. Lee Jong-Joh. Lee Jong-Joh. Kim Shin-Wong. Lee Jong-Joh. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Herrliche Flanke. Eine etwas schlampige Flanke, sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Figuli. Dannen. Daida. vettewee. Lee. Leam Young-joh. Keeseo-mühang. das sieht nach einer guten möglichkeit aus brahimi schon ist der gegnerische angriff unterbunden die so mien die jungs die boccian die so mürgermeister korea So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen. Schlossrund und der Wahlkampf kommt Posten zurück ins Feld. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Kuo Yeo Cho. Lim Yongjo. Kim Bo Kyung. Franke fliegt in den 16er. Kuo Yeo Cho. Lim Yongjo. Schöner Kombinationsfußball. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Abstoß jetzt. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen. Lim Yongjo. Und hier der Abwehrspieler ohne jede Möglichkeit ihn zu halten. Superflanke. Jawohl. Tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Kim Chivo. Figuli. Gideora. Mostefa. Jetzt könnte es gefährlich werden. So was nennt man saubere Abwehrarbeit. Nach zweimal 45 Minuten haben wir keinen Sieger gesehen. 15 Minuten kameras. Das wirken zum Spaß hast. Maschintor Kulten schlägt an 10 Minuten.